Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Und welchem Lebensbereich wirkt Fortuna, das große Glück heute, am 10. August 2017? Das ist die Tierkrei zeichnen Fischen. Und besonders die Fischengeborenen, die Anfang März geboren sind, besonders die, die am 5. März und 6. März Geburtstag haben, begrüßt Fortuna. In welchem Lebensbereich wirkt dieses Glück? Das sind die Wandlung, die Wechsel, die Veränderungen, aber auch Glück in Finanzen, Glück auch in einer Erbschaftsituation. Und was sollen wir berücksichtigen? Weil dieses Glück liegt offen da, aber wir sollten es auch wahrnehmen. Also besonders die Fischengeborenen sollen darauf achten, dass sie heute die alte Ballast loslassen, etwas beenden, von etwas trennen. Dann wichtig ist die eigenen Träumen, Visionen. Vielleicht bekommen die Fischengeborenen wichtige Botschaften über Traumbilder. Also auf diesem Träumen, Vertrauen ist auch ein Vorteil bei den Fischengeborenen. Aber nicht nur diese Vision wichtig, sondern die Intuition, die Kreativität, die Gefühle sollen die Fischengeborenen gerade bewusst wahrnehmen, weil da liegt das Glück. Und das ist diese Wende, diese Veränderung, eine neue Richtung, ein neuer Impuls. Und das können sie vorteilhaft nützen in einer kreativen Tätigkeit, dann die Finanzen etwas verbessern oder eine Erbschaftsituation als Vorteile zu haben. Das war meine heutige Glücksenergie. Und wenn jemand wissen möchte, welchen Tagen bringt Glück, in welchen Lebensbereichen und worauf sollen sie achten, das können wir natürlich beantworten. Die Fragenstellung ist über mein Managementbüro. Die Kontaktdaten befinden sich unten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.